so meine lieben freunde ich habe gerade gehört dass xia gerade mit dem auto nach hause kommt oder sie war beim saturn und hat ihr weihnachtsgeschenk geholt leider mussten wir warten bis zum 16 und ich glaube da kommt sie ich glaube sie kommt hast du oh mein gott gleich bei einer schrott gemacht das ist der henkel von der meine ja kaputt ist und wichtig fürs geschenk von meiner schwester da ist das ding cool aus fühlt sich nett an da freut sich jemand da gehen wir mal an den fernseher war es kompliziert das zu kriegen oder wie war das wo hast du es abgeholt an der kasse oder genau es gibt eine pikachu version und eine leo version evoli version aber darum geht es heute nicht er ist ja schon auf wie schon auf kein kleber oder sowas guck da sind auch evoli und pikachu siehst du das die kannst die packung kannst dann irgendwo hinstellen wo man sie sieht ok da geht schon los hier was geht da los also man kann es nicht in diese steckdose stecken man muss es da reinstecken aber pikachu und evoli kontra la das ist das ding ich habe mir das ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt aber krass ist natürlich klug dass man da nur so so ein bildchen macht die kann man da dran oder ja genau so braucht man kein gameboy mehr ne ja das stimmt sondern man hat ein gerät nur noch gar nicht mal so unleicht was geht gut die controller dann wahrscheinlich noch ja die controller finde ich schwer stimmt da hebt man das ding schon schwer so was haben wir hier so was haben wir da kann man dann werfen oder ja dann kommt evoli oder so raus ja nein ist das weich das ist schon so bisschen gummiert das kann ja dann auch für pokémon go nutzen habe ich erleuchtet irgendwie ja jetzt hat es schon zum leuchten gebracht toll wie soll man denn jetzt connecten ich schütze juhu 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 noch warte und juhu oh oh god nicht die hand davor juhu ach du scheiße ok so so was haben wir noch wieder hier ein bisschen ernsthaftigkeit beim cleanerspiel was was haben wir da ein kabel zum aufladen oder wahrscheinlich wahrscheinlich noch ein kabel ok kabel über kabel noch mehr kabel oh das ist ein hdmi kabel das ist meine aufgabe dann sehr gut was haben wir hier was ist denn das ist das der ist das ein halter für die controller kann das sein nein 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 das ist da wo du am fernseher spielen kannst zum beispiel genau ok gut hier noch kommt da eine die konsole wahrscheinlich wo ist überhaupt das spiel ist das drauf oder ich weiß nicht wie das läuft das spiel das ist das netz nein ok ja die konsole das ist ja das ding da das ist schon die konsole das ist was du willst oder das ist ja hohl ja das ist das für den fernseher oder da steckst du es dann da rein ja das sieht aus als könnte man es aufmachen ja sieht aus als könnte man es aufmachen was ist jetzt los hä jetzt ist es wieder zu wie er war jetzt nicht ac adapter usb hdmi out ok ok also im endeffekt ist ja das alles hier konsole ja ja schon aber ist hier nicht süß ja doch die macht sich bestimmt dekorativ da vorne stell mal hin ich stell mal da hin das schmeckt ja weniger als das ding selber ja da ist ja auch nur Anschluss ach ist doch schön mais süß ein bisschen klein boah hinten das ist cool oh da sind auch ganz viele kleine ich glaube man sitzen müssen ja heb mal kipp nach unten unten ein bisschen wieder hoch hui ah da kann man ah da kann man eine micro sd anfließen aha ok so gut kann man das ding schon anmachen da guck mal hier gibt es sogar noch die game cards ah kann man da noch die alten spiele spielen das habe ich mich gerade auch gefrolt gerade in dem moment als für die du es gesagt hast so dann haben wir hier strom anschließen anschließen yay 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 parkour funktioniert das mit der kamera überhaupt ja so und sonst ist hier nichts drin nein kein 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 spiel ach so hier das ist wahrscheinlich zeig ich doch da ist noch ein kabel die sind hier ach so ja baue mal zusammen ich habe es gerade mit einer hand nicht hingekriegt ok baue mal zusammen wir normalerweise einfach nur hätte ich auch gedacht reinschieben das habe ich mit einer hand nicht geschafft ach süß mit die farben auch schön ist ja nett witzige idee was ein süßer kleiner pokéball ja dann kann man drauf drücken und dann wird er groß doch nicht in der serie ist das so ja ach schau mal da ist ein plus tada und schon funktioniert es also minus und minus und plus und plus ich auch aha ach das passt dann auf beide ok so das ist komisch wenn sich der controller bewegen lässt da fängt voneinander ähm was muss ich tun da suchen sie sich ein bild aus ähm so xyreal hat ja jetzt die switch bekommen und ich bekomme jetzt ihre alte äntchen 60 nein nein neuer versuch zwei stunden später account registriert und spiel im e-shop registriert bitte bitte lass mich spielen bitte ja aha bitte da kann man nutzer auswählen ah dann gehen wahrscheinlich auch zwei accounts und dann müssen wir eine exaktung erstellen bitte drücke jetzt einen knopf auf den controller den du benutzen möchtest keine ahnung ähm dann kriege ich den poko ball kann man das komplett mit dem poko ball spielen da steht ich kann den poko ball dann drücke ich jetzt auf ja der hat ja da oben noch einen knopf ja und mit dem stick kannst du glaube ich hier auch bewegen ja den kann man ja möchtest du diesen controller ja ich finde ihn gewinnungsbedürftig aber ja ja öfter mal was neues ich weiß immer noch nicht wofür der Rind da ist Mittelfeld äh Ringfinger Game Freak Yay Pikachu Oh Pikachu Es war aber mega süß Das musst du mir zugeben Ja Pikachu Oh nein das ist die Alola Version Wo ist es? Von die geht Oh nein Oh nein Wie sie abgeht Ich bin Pikachu nicht Evoli Ich bin Pikachu nicht Evoli Muss ich von oben werfen Yay Das sieht doch gut aus Ah Ah Es bewegt sich Es vibriert Das macht auch Geräusche Yay Es hat Pikachu gemacht Wo ist es? Wo ist es? Pikachu, wo ist es? Es ist, glaube ich, da drin. Wie kann ich hier rauskommen? Stehe vor, plötzlich sitzt du ein Pikachu. Heb den Ball auf, los, bevor er ihn immer klaut. Das ist ein Pikachu. Los! Ein Pokémon, toll. Ich will ihn mitnehmen. Richtig, ein Pokémon. Wir würden es auch leer nehmen. Ja, sehr gut. Wir können ja später mal noch die Zweitspielfunktionen... Ja, das machen wir. Sehr gut. Wenn ich glücklich, dann bin ich auch glücklich. Fazit, toll. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.